Nee, schwer zu sagen. Jetzt ist es momentan drei Tage vor dem Spiel. Ich denke nicht so viel an das Spiel jetzt. Morgen vielleicht kommt mehr und mehr. Wir wollten ein gutes Spiel machen. Aber trotzdem, das ist eine gute Mannschaft. Wir spielen gegen auch. Zuhause in München ist es immer schwer. Wir hatten Leistung, wir denken immer positiv. Aber wir müssen auch realistisch sein. Wir können nicht direkt da vorne und attackieren mit allen Mann. Und so, weil Saudi hat richtig gute, schnelle Spiele auch hinten vorne und überall. Klar, ein bisschen Respekt, aber wir wollten auch Fußball spielen.